Heidi Matera und Arne Schneider sind in einer Wohnstraße am Rheinufer auf Fußstreife. Dort nimmt es jemand mit den Verkehrsvorschriften nicht so genau. Guten Tag, junger Mann. Ich muss Ihnen mal belehren. Wissen Sie, wo Sie hier stehen? Schildschirm haben Sie nicht gesehen? Ah, jetzt, wo Sie sagen. Sie dürfen hier nicht mal halten. Sorry. Ich bin auch gleich wieder weg. Nicht gleich, jetzt. Ja, alles klar. Dann können wir Sie nämlich mündlich verwarnen, dann machen Sie sofort. Und das nächste Mal bitte woanders. Alles klar, danke. Tschüss. Das ist natürlich frech, ey. Das ist keck. Weißt du, ein Riesenschilf da vorne stehen. Und dann sowas. Könnte ich ja wieder eine Feierroute fortslassen. Gut, war ja auch der richtige wieder. Das sind immer alle besser als der normale Bürger. Drehen wir noch einen Rund am Reusche? Gehen wir noch mal gucken, ja. Ich kann mal noch einen Fisch fangen. Was geht denn hier ab? Halt, 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 halt. Ja, ja, ja. Haben Sie damit was zu tun? Nee, nee. Ich hab die Mondscheitskrankheit. Ab damit hier. Das ist doch ein langes T-Shirt wahrscheinlich. Zieh mal jetzt das Ding ab. Einmal aufmachen. Bappel nicht, runter damit. So, gebappel hier. So, gut. Ach, geht doch, ne? Warum laufen Sie nicht mit der Sturma rum? Äh, äh, keine Erklärung. Ich glaub, wir gehen mal runter, würde ich mal sagen, dass Sie zufällig da waren. Die Beamten wollen die Ballonverkäuferin befragen. Ganz offenbar sind sie und der Flüchtende kurz zuvor aufeinander getroffen. Guten Tag. Sind Sie da? Haben Sie das gesehen? Ja, deswegen sind wir runtergekommen. Meine Ballons. Hat er was mit zu tun? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn nicht erkannt, aber es passt auf jeden Fall. Er hatte Sturmhäubchen angehabt, zeig's doch mal her. Hat er Sturmhaube angehabt? Ja. Sturmhaube hat er angehabt. Es ging grad alles so schnell, ich kann's gar nicht sagen. Das ist natürlich blöd jetzt. Ich hab totalen Schock, ich zitter total. Wie abgeschnitten. Magst du mal gucken, ob er irgendein Gegenstand macht? Ich guck mal, ob ich Messer noch mal her. Er ist auch nicht zugekommen mit einem Messer und hat gesagt, ich soll mich hier Papiers nehmen. Ach, das ist aber nicht schön, ne? Nö. Als die Gesetzeshüter von der Bedrohung hören, nehmen sie sich den Mann zur Brust. Sie wollen wissen, warum er der Ballonverkäuferin schaden will. Ja, das ist das Messer. Das ist das Messer. Genau mit dem Messer hat er die Ballons gerade durchgeschnitten. Der Kollege hat mich beauftragt. Wurden Sie verletzt? Was heißt der Kollege zu beauftragt? Welcher Kollege? Der Schock ist halt da. Der wollte halt hier ein Leimsteigungswerkmal haben und keine Konkurrenz. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu ihm, oder? Ja, dann gehen wir mal zu ihm. Was kriegen Sie dafür? Was kriegen Sie dafür? Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Der ist einfach hierher gekommen und hat schon gesagt, dass ich hier verschwinden soll. Aber Sie haben eine Genehmigung jetzt, dass Sie hier stehen dürfen? Ja, ich darf hier stehen, ja. Und Sie haben auch einen Gewerbeschein? Ja. Haben Sie den dabei? Das wäre ja schon mal interessant. Ja. Wissen Sie, ich bin eine alleinerziehende Mutter. Okay. Ich habe noch einen Putzjob. Ich gucke, dass ich das alles manage. Also Sie sind angewiesen auf die Stelle und alles? Ein Luftballung ist mindestens fünf Euro. Okay. Nimmst du gerade mal? Ich nehme ihn mal. Gewerbeschein haben wir hier. Okay. Und dann haben wir auch die Carina Linden. Schreibe ich mir gerade mal auf. Ich schreibe mal seine Daten kurz auf. Damit können wir ihn auch überprüfen kurz. Er hat nichts dabei. Ja. Hat er gesagt, ne? Magst du? Ich schreibe mal auf, was er sagt. Ja. Okay, Ihre Existenz hängt da dran. Das ist natürlich... Mein Ex-Mann zahlt keinen Unterhalt für meine Tochter. Okay. Wie alt ist die Tochter? Sieben. Ich bin gerade in die Schule gekommen. Gut. Mein ganzer Stolz. Ja. Das ist natürlich echt dann blöd. Warten Sie hier gerade einen Moment auf uns, dann gehen wir jetzt gerade mal rüber. Das Rheinufer ist ein beliebter Standort, aber auch umkämpft. Die Beamten wollen jetzt den verdächtigen Konkurrenten der Ballonverkäuferin zur Rede stellen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben ein kleines Anlege. Haben Sie es mitbekommen vorne? Die Kollegin hier? Lassen Sie uns doch mal babbeln. Lassen Sie uns doch mal bitte reden. Aber das war bestimmt der ganz sicher. Ah. Sie kennen die Dame? Nein. Sie verkauft aber auch Luftballons, die müssen Sie als ich hier gesehen habe. Das weiß ich. Er behauptet jetzt, er hätte von Ihnen 50 Euro gekriegt, damit er die Ballons hier von ihr wegschneidet, damit Sie allein hier den Schwangplatz haben. Ich sehe den Strich ja jetzt zum ersten Mal. Jetzt werden Sie nicht beleidigend. Wenn der mir was in die Schule schieben will, was ich nicht getan habe. Bleib doch sachlich. So. Anna, was geht? Kennst du den Mann? Nein. Kennst du nicht? Also die junge Dame hat auch uns gegenüber angegeben, dass sie hier schon gedroht haben, dass sie von dem Stand da vorne weggehen soll. Also das würde jetzt mal in die Geschichte. Und ich war zuerst da. Ich habe auch gar nicht nötig, jemanden zu bedrohen. Ich habe die bessere Luftballons. Die bessere Luftballons. Ja gut. Aber ich sag mal, es ist ja schon interessant, ob sie allein stehen oder ob mehrere hier stehen. Es kurbelt das Geschäft ja schon an, würde ich mal so knapp behaupten. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja gut. Haben Sie einen Ausweis dabei? Und einen Gewerbeschein würden wir auch gerne sehen. Den hat er bestimmt nicht. Den Ausweis habe ich dabei. So, dann wollen wir mal gucken. Heidi Matera bittet die Leitstelle um Informationen zu dem Ballonverkäufer. Der Angreifer nennt seinen Namen immer noch nicht. Daher zweifeln die Beamten nun auch an seiner Story. So, was sagen Sie noch dazu jetzt? Er kennt Sie, nicht? Sie kennen ihn? Ich habe viel anderes gesagt, was ich zu sagen habe, ne? Warum haben Sie die 50 Euro? Weil die wurden heute jetzt wirklich nix. Ach so. Wollte sie mir noch geben eigentlich. Ach so. Wollte sie mir noch geben? Später. Los. Ich habe noch einen Kurzjob auf der anderen Seite von der Stadt. Kleinen Moment bitte. Dann muss ich meine Tochter von der Stadt bitten. Arnold hört. Kleinen Moment bitte. Ja. Hallo, 4.32. Anton Wohlleber. 174. Weinsbergstraße 184 in Köln. Wer Wohlleber ist impfonegativ. Und Gewerbeschein gibt es auch vor. Alles klar, danke. Okay. Ja, stimmt alles bei Ihnen? Ja, dann würde ich jetzt sagen. Kann ich auch dran gehen, ne? Ja. Sie haben ja keine Personalien, also. Ja, nö, Sie gehen mit uns. Das ist alles in Ordnung. Wir nehmen Sie erstmal mit. Wir überprüfen, ob die Personal auch wirklich stimmt. Alles klar. Dann, wir müssen halt nachfragen, ist klar. Wenn er sie beschuldigt, ne? Ich meine, ist jetzt bei Ihnen auch okay. Ja. Wollen wir Sie dann halt entlassen? Ja. Weil Sie muss zum anderen Job dann. Ich habe hier Ihre Daten und alles. Sie muss halt irgendwann mal auf die Wache dann kommen. Wir schicken Ihnen noch was zu. Sie kommen noch mal auf die Wache, machen eine Aussage, ne? Weil es ja auch ein Schaden entstanden. Ja. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Ja, danke. Okay. Gerne. So. Den würde ich mal mitnehmen. Den nehmen wir mit dem Bub, ne? Ja. Okay. Weil, gut, wenn Sie ihn nicht kennen. Mein Gott, ich werde hier immer verheddert von dem ganzen Gedönse. Ja. Eieieiei. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Du, Arne. Ja. Das merke ich hier. Hast du? 1a Gummi. Hast du die gesehen, die da die Fotos die ganze Zeit macht? Ja. Ich wollte auch gerade sagen, da ist eine Dame, die macht die ganze Zeit Bilder. Vielleicht hat die auch irgendwas drauf. Ja. Wolltest du mal fragen gehen? Ja, komm ich geh mal hin. Bei Ihnen dann. Entschuldigung, aber wir müssen dem halt nachgehen, ne? Danke gleichfalls. Guten Tag. Guten Tag. Wir sehen gerade, Sie haben so ein bisschen Bilder gemacht. Ja. Können wir die vielleicht mal angucken, wäre es okay? Ja, ich habe Ihnen ein schönes Bild gemacht von den hübschen Ballons von der Jungfrau. Ja, weil vielleicht... Zufällig, als die weggeflogen sind. Ist das auch schlussreich? Leider nicht. Leider nicht. Nein. Hier steht die Dame mit den Ballons. Okay, können wir es mal größer machen. Die Polizisten entdecken auf den Fotos einen Mann, der mit dem Täter spricht. Heidi Matera erkennt ihn wieder. Das ist doch der Mann draußen von dem Mercedes, wo wir im Haltverbot mündlich verwarnt haben. Kann man das mal ein bisschen heller machen oder was? Das ist ja plotze dunkel. Das ist mein Ex-Mann. Das ist mein Ex-Mann? Das ist mein Ex-Mann, den erkenne ich sofort. Das steht hier vorne. Wusstest du, dass er hier vorne steht? Nein. Sie kennen den jungen Mann hier nicht? Nein, noch nie gesehen. Aber das andere ist hundertprozentig mein Ex-Mann. Den erkenne ich aus fünf Metern Entfernung. Könnte sein. Könnte sein. Was machen Sie mit dem jungen Mann? Ach so, den habe ich vorhin zufällig getroffen. Der hat mich 900 Zigarette geschehen. Rein zufällig getroffen. Okay. Der steht nämlich da vorne im Halterverbot. Das ist Ihr Ex-Mann? Ja. Das war das Personal. Ja, ich stecke gerade ein bisschen in den Sorgerechtstreit. Und der wird schon die ganze Zeit sorgerecht für meine kleine Johanna. Also das ist natürlich sehr interessant, dass der junge Mann, der Ihnen die Luftballons abgeschnitten hat, mit Ihrem Ex-Mann, sag ich mal, hier auf dem Foto zu sehen ist. Das ist, sag ich mal, schon sehr komisch. Aber das passt. Das ist komisch. Sehen Sie auch so. Bin ich nicht nur der, der das so bringt. Dann bin ich zufrieden. Vielleicht sollten wir den mal befragen, den jungen Herr. Würde ich sagen, ich nehme jetzt von der Dame noch die Personalien auf. Und dann kann sie uns vielleicht die Bilder zuschicken. Sie haben vielleicht noch mehrere Bilder davon. Kann ich machen. Sehr gerne. Da gibt es hier die Adresse. Sehr gerne. Das wäre total nett von Ihnen. Die Beamten vermuten, dass der Ex den jungen Mann angestiftet hat. Nur warum? Der Verdächtige scheint derweil unbelehrbar zu sein. So, da sind wir wieder. Haben Sie uns nicht verstanden? Ja doch, ich bin schon einmal rumgefahren. Und haben Sie sich wieder hingestellt? Ja, rumgefahren und haben Sie sich wieder ins Halterverbot gestellt. Das ist ja witzig, ne? Wir haben keinen Bekannten gewartet. Ach, Carina, hallo. Carina, ich hab dir schon tausendmal gesagt gehabt, dass unsere Tochter Johanna bei dir nicht gut aufgehoben ist. Du rachst es aber nicht, ne? Ich liebe das. Ja, genau. Meinst du ich nicht? Meinst du ich nicht? Gehen Sie mal. Du hast doch gar keine Zeit für Sie. Ich kann Ihnen wenigstens Liebe geben. Ja, leid Sie mir auch mal ein Stückchen. Ich hab Ihnen was zu bieten für Sie. Gehen Sie auch mal ein Stückchen. Sie stellen sich einfach hier hin, ans Auto. Also, was können Sie erklären? Was können Sie erklären? In ruhigen Worten, in ruhigen Ton bitte. Was können Sie denn erklären? Aber kommen Sie mal hierher jetzt. Sie hat unserer Tochter halt nichts zu bieten. Sie ist ja nur einmal logen. Sie ist nur einmal logen, damit sie so ein bisschen was hat. Hallo. Möchtest du mal zuhören? Möchtest du mal zuhören? Ja, klar. Ich glaube nicht, dass Sie entscheiden, was gut für ein Kind ist und was nicht. Das ist ja mein Kind. Es sind immer zwei, die dazugehören. Und ich glaube nicht, dass immer nur Geld und Hab und Gut gut fürs Kind ist. Nö, das stimmt. Wir brauchen ja ein bisschen Liebe. Richtig, gut. Aber das, denke ich mal, klärt sich anders. Eine andere Frage, warum zahlen Sie keinen Unterhalt? Doch. Warum? Warum? Weil es eigentlich bei mir leben soll. Man lebt ja nicht bei Ihnen. Aber da bin ich ja dran. Ja, aber in der Zeit müsste Unterhalt bezahlen. Wenn du hier liegen würdest, würdest du zahlen für Sie. Ja. Gebe ich Ihrer Ex-Frau recht? Ja. Ich muss auch sagen, der Unterhalt ist ja jetzt nicht nur für die Frau, ist ja hauptsächlich für das Kind. Ja, natürlich. Darum will ich es ja auch bei mir haben, damit es bei mir bleibt. Haben Sie nicht verstanden, ne? Sie zahlen das Geld ja auch für das Kind hauptsächlich. Ja, natürlich. Jetzt aber was anderes. Aber verstehe. Den jungen Mann hier. Woher kennen Sie den? Flüchtlich halt, ne? Flüchtlich? Ja, man kennt die sich halt, ne? Und ich hab ihn mal gefragt, er ist ja immer ein bisschen knapp bei Kasse. Und dann hab ich gefragt, Mensch, ich soll kein Witz mehr 50 Euro dir verdienen. Ist ja ne kurze Sache. Soll ja nichts wildes machen. Soll ja einfach nur jemand ein bisschen schrecken und ein bisschen sagen, hier, ne? Was soll der machen? Er sollte ja nicht viel machen. Er sollte einfach nur die Luftballons in der Luft jagen, damit sie halt noch, ne? Okay, also geben Sie zu. Natürlich. Ja klar. Herr Linden, der sollte natürlich mal über sein Verhalten und seine Einstellung nachdenken. Wenn er die Streitereien auf dem Rücken der Kinder oder seines Kindes austrägt, das Geld zum Fenster rausschmeißt, um einfach nur der Ex-Frau zu schaden, damit er irgendwann das Sorgerecht kriegt und damit sein Geld protzen kann, weiß ich nicht, ob das die richtige Einstellung ist. Zum Glück gibt's Ämter, die das entscheiden und ich denke, die werden hier auch die Sachlage erkennen. Wir machen es jetzt ganz einfach, Arne. Wir holen jetzt ein Taxi, das zahlen auch noch Sie, bitteschön, damit die Dame heim kann zum Kind. Also es kommt Ihre Tochter zu spät. Und Sie kriegen noch auch Post von uns und ich sag Ihnen was, das mit dem Parken kommt noch dazu, ne? Weil es ist auch noch keck, wir verwarnen Sie mündlich und dann das auch noch. So und jetzt, eine Haller war schon ab. So, keine große Diskussion mehr. So, flott voran. So, und der Chef nehm mal hier mit. Einmal Luftballonsleiten. Gut, Sie haben die junge Dame, wir haben ihr Messer bedroht, ne? Kopf ohne. Nicht bös gemeint. Nicht bös gemeint. Der Mann wird wegen Sachbeschädigung und versuchter Nötigung angezeigt. Der Ex muss künftig Unterhalt zahlen. ING- Kasbeschädigung- Bis zum nächsten Mal.